Musik Ich glaube, dass Sie denken, Sie haben nicht genug Kraft. Vielleicht, weil Sie Frau sind oder was weiß ich. Und dann tun Sie mit viel... Man braucht nicht viel Kraft, man muss den Klang vom Flügel kriegen. Man muss ihn fragen, bitte gib mir das. Also wenn man sowas tut, also der Klang ist verzerrt erstens und es geht nicht bis so, bis dahinten. Ja, und wo dann diese Gewalt nicht, der Flügel pum, also mit halter Handgelenk und so, jetzt mache ich dich kaputt. Und dann füge Sie, wie Sie sehen, so, oha, so macht es so schrecklich. Versuchen Sie, einfach rein, wenn Sie reingehen, skippen, sofort die ganze Obertöne, die sind da. Und es klingt rund und groß und viel mehr Klang. Klang. Und jetzt. Ja. Ja. Agitato. Ja. Ja, herrlich. Schön. Und jetzt bin ich bitte. Agitato. Wenn man agitato ist, hat man sich mit dem Atmen zu tun, wie alles, wie das ganze Rhythm und immer, nicht? Man ist ein bisschen so und wenn man so spielt, das kann agitato. Aber jetzt. So, dasselbe. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Tira. Tarira. Darum hat er diese Pausen da geschrieben. Ja, versuchen Sie. Sie müssen hören, dass. Darin. 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 Das ist genau zusammen mit der Hand geht. Und. Ja. Gut. Piano. Ja. 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 Es ist alles ein bisschen zu fort. Es muss man ja nicht machen. Und dann kommen wir so wie in einen verrückten Tanzen. Und dann streichen wir, wie wir streichen würden, genauso, der mag das auch. Nein, so, sie würden nicht so streichen, sondern Tiere am Bild, Tiere, da und zu ihnen, da und zu ihnen, und so klingt das auch.